Musik Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Vorwärts, vorwärts. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Jawohl! Du sterbst mir bloß nicht schon wieder weg. So. Ich verstehe. Valista hat unser Level ab. Hat ihr Level abgekriegt? Ich verstehe. Vorwärts, vorwärts. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Jetzt alle bitte mal da rein. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Oh! So. Und? Meine Pfeile sind scharf. Die hier aufwärten. Hm? So, und für euch Ersatz kaufen. Quicksave machen. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir finden es heraus. So. Die Tankkette ist halt... Er ist unverwundbar durch Pfeile und zerquetscht Gegner. Meine Rüstung ist stark! Wir fügen es heraus. Vorwärts, vorwärts. Ich verstehe. Hier liegt halt noch Gold rum. Ich verstehe. Was der Gegner auch zurückgelassen hat. Wir finden es heraus. Wir finden es heraus. Ich verstehe. Also, was vom gegnerischen Einheiten getrunken wurde. Wir finden es heraus. Ich verstehe. So, da oben sind Zombies. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Aha, dies ist ein guter Ort zum Halten. Lassen wir mal die Tankkette mit ihrer übertriebenen Power vor. Wenn sie mal vor darf. Los geht's! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Es sind genug Kugeln für alle da. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Es gibt nicht genug Treibstoff. Und? Meine Rüstung ist stark. Aus dem Weg! Ach, da oben waren die Zombies. Vorwärts, vorwärts. Halsabbrechende Waffen! Und? Wir finden es heraus. Also, die Tankkette ist auch verdammt schnell. Und hat verdammt viel Reichweite. Wir machen keine leichten Sachen. Es gibt nicht genug Treibstoff. Hm? Vorwärts, vorwärts. Vorwärts. Man kann die Tankkette halt auch nicht heilen. Also, dafür bräuchten wir wirklich hier einen bestimmten Zauber. Nämlich den hier. Ja, erneut sämtliche Mechanismen und untoten Krieger. Und? Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir finden es heraus. Ich verstehe. Vorwärts, vorwärts. Das heißt, wir können jetzt auch leicht schwingen. So, jetzt können wir uns etwas schneller bewegen. Ich verstehe. So, unser Avatar. Hier. Wir finden es heraus. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ich verstehe. Es sind genug Kugeln für alle da. Ja, regeneriert auch langsam Leben. Nur kein Aufsehen. Vorwärts, vorwärts. Vorwärts, vorwärts. Und ja, da ist nochmal eine riesige Armee aufgetaucht. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Aber ja, die Städte sind, glaube ich, wieder wirklich auf Stufe 1 gelandet. Während die hier auf 4 ist. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Vorwärts, vorwärts Also ja, ich will mich eigentlich nochmal mit denen hier anlegen Wir finden es heraus Wir finden es heraus Vorwärts, vorwärts Schlachtet sie Schlachtet sie Okay, das ist schon eine große Horde, Gegner hier Und? Wir finden es heraus Ich verstehe Ich verstehe Das hat nämlich noch ein paar Erfahrungsaufstiege für meine Units gebracht Und wir können hier nochmal Zeug verkaufen Nur kein Aufsehen erregen So Euch kann ich nicht, das stimmt Vielleicht kann ich aber noch einmal Und ja, die könnte ich theoretisch aufwerten Will ich aber nicht Ich will auf jeden Fall alles, was ich hier habe, jetzt verkaufen Vor allem aber auch die Steinchen Und Es gibt nicht genug Treibstoff So Meine Truppen sind auf einem ziemlich guten Level eigentlich Damit wir uns mit der Hauptarmee Äh Ich will mich veralbern Aber es sind Okay, da kommt noch ein Schreckensmagier Oh Gott, kommen da viele Schreckensmagier Das ist Das ist schon nur zu viel des guten Ansteckensmagier Los geht's So Es gibt nicht genug Treibstoff Aus dem Weg Aber ja, das haben wir jetzt noch ganz gut hinkriegen können Es gibt nicht genug Treibstoff Dadurch hat sogar die Tankkette Los geht's Level abgekriegt Dies ist ein guter Ort zum Halten Das ist sogar Max-Level geworden Äh, ja Dies ist ein guter Ort zum Halten Die Armee lasse ich jetzt mal vorbeiziehen Aus dem Weg Es gibt nicht genug Treibstoff Änderhoffnung, dass sie vorbeizieht Los geht's Wenn die anderen jetzt gleich wieder umdrehen und zurückkommen Dann ist das nicht so schön Es gibt nicht genug Treibstoff Äh, doch, sie kommen zurück Es gibt nicht genug Treibstoff Los geht's Okay, sie drehen ab Damit kann ich leben Wenn sie abdrehen Vielleicht sollte ich eher doch den Pestschlag nehmen Los geht's Los geht's Weil hier jetzt nochmal gegen die antreten will ich nicht Und ja, eine Tankkette braucht drei Führerschaft auch noch Ihr habt eine Aufgabe für mich Ja Dies ist ein guter Ort zum Halten Los geht's Mehr Mana erst mal Bis wir auf 600 sind Dann gucken wir weiter Dies ist ein guter Ort zum Halten Ich hör sie halt da oben rumlaufen Dies ist ein guter Ort zum Halten Es gibt nicht genug Treibstoff So, jetzt dürfte da eine riesige Arm wirklich rausplatzen Es gibt nicht genug Treibstoff Genau Los geht's Laden Feuer Das ist ein guter Ort zum Halten Vielleicht kann man sie mit der Tankkette anlocken Aus dem Weg Los geht's Die sollte nämlich ziemlich widerstandsfähig sein Es gibt nicht genug Treibstoff Dies ist ein guter Ort zum Halten Los geht's Mit Betonung aufs Säufe Los geht's Los geht's Aus dem Weg Aus dem Weg Aus dem Weg Und Wir werden uns schnell von Ihnen verabschieden Los geht's Und Wir werden uns schnell von Ihnen verabschieden Wir machen keine reichten Sachen Es gibt nicht genug Treibstoff Aus dem Weg Seid bloß ruhig Und da verliere ich Spione Weil ich wieder keinen Zauber auf E-Wendy habe Nein Nicht speichern Gott sei Dank gibt's mehrere Quick-Saves Okay Gut Gut, gut, gut Aus dem Weg Dies ist ein guter Ort zum Halten Ihr habt eine Aufgabe für mich Ich verstehe Ich verstehe Ihr habt meine Gedanken gelesen Still Es sind genug Kugeln für alle da Still Still Vorwärts Vorwärts Dann locken wir sie halt Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt Mit einem Tupf Spione raus Vorwärts Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt Wir sorgen dafür, dass niemand etwas mehr Wir sorgen dafür, dass du sie nicht so